Wenn es losgeht, ist immer die Frage, was wird passieren, ich werde jetzt ad hoc in den nächsten 48 Stunden aufstehen und was wird mich erwarten. Wenn ich aufstehe, werde ich meinen Blick hinaus wandern lassen, auf die zarte Verlandschaft, eventuell noch vom Tau behangen und mein Blick richtet sich auf den Strauch von meinem Nachbar. Wie wird meine Gefühlswelt sein, dieses eruptive Gewächs? Werden in mir noch mal diese basaltartigen Gefühle zutage treten? Bei der Betrachtung, der Betrachtung, in der Betrachtung, vorangegangener Betrachtungen, betrachtend aktuelle Betrachtungen und das Ganze ohne Trachtenanzug. Vorig.